Hallo, ich bin Lee und heute lesen wir eines der Abenteuer von Tom Sawyer. Möchtest du keines unserer Hörbücher mehr verpassen? Dann klick einfach gratis und unverbindlich auf Abonnieren und die kleine Glocke. Elftes Kapitel Kurz nach neun Uhr wurde das ganze Dorf durch die schreckliche Neuigkeit alarmiert. Obwohl sich damals noch niemand etwas von einem Telegrafen träumen ließ, flog die Nachricht doch von Mund zu Mund, von Haus zu Haus mit fast telegrafischer Eile. Natürlich gab der Schullehrer für nachmittags frei. Man hätte es ihm sehr übel genommen, wenn er es nicht getan hätte. Ein blutiges Messer war bei der Leiche gefunden und durch ein paar Leute als das des Mavpotter erkannt worden. So hieß es. Und man sagte ferner, ein verspäteter Bürger habe Mavpotter in der Gegend des Verbrechens um ein oder zwei Uhr getroffen, wie er sich in einem Wassergraben wusch. Und Mavpotter sei plötzlich ausgerissen, alles verdächtige Umstände. Besonders das Waschen, was sonst gar nicht zu Potters Gewohnheiten gehörte. Man sagte auch, der Ort sei nach dem Mörder durchsucht, das aber nicht gefunden worden sei. Reiter waren nach allen Himmelsrichtungen ausgesandt, und der Sheriff hatte die beste Hoffnung, man werde ihn noch vor der Nacht erwischt haben. Der ganze Ort war unterwegs nach dem Kirchhof. Toms Herzeleid schwand und erschloss sich der Prozession an, nicht weil er nicht tausendmal lieber anderswo hingegangen wäre, als vielmehr unter dem Zwang eines schrecklichen, unerklärlichen Antriebs. An dem grässlichen Schauplatz angelangt, zwängte er seinen kleinen Körper durch die Menge und genoss den ganzen traurigen Anblick. Es schien ihm eine Ewigkeit, seit er hier gewesen. Jemand packte seinen Arm. Er fuhr herum, und sein Blick traf auf Huckleberry. Dann sahen beide, wie auf Verabredung seitwärts, und fürchteten, es möge ihn jemand das Einverständnis vom Gesicht lesen können. Aber alles schwatzte durcheinander und achtete nur auf den schrecklichen Anblick vor sich. Armer Bursche, armer junger Bursche, eine Lehre für Leichenräuber. Marv Potter muss hängen für das da, wenn man ihn erwischt. Ja, das waren so die Bemerkungen, die fielen. Und der Geistliche sagte, es war ein Gericht. Seine Hand ist hier sichtbar. In diesem Augenblick erschauerte Tom von Kopf bis Fuß, denn seine Augen fielen auf des Indianerjoes gleichgültiges Gesicht. Die Menge begann zu flüstern und zu tuscheln. Er ist's, er ist's, er kommt. Wo, wo? fragten zwanzig Stimmen. Marv Potter, hallo, er steht still. Seht mal, er kommt hierher zurück. Lasst ihn nicht entwischen. Leute, die in den Zweigen der Bäume über Tom saßen, sagten, er habe nicht den geringsten Versuch gemacht, zu entschlüpfen. Er stand nur da und schaute zweifelnd und wie er starrt um sich. Teuflische Frechheit, sagte einer der Umstehenden. Wagt, zurückzukommen und sein Werk ganz ruhig zu betrachten. Hat wohl nicht gedacht, schon Gesellschaft hier zu finden. Die Menge teilte sich jetzt, und der Sheriff kam ostentativ hindurchgeschritten, Potter am Arm führend. Das Samenburschen Gesicht sah blass aus, und aus seinen Augen sprach die Furcht, die ihn beherrschte. Als er vor dem Ermordeten stand, zuckte er wie unter einem Hieb zusammen, verbarg das Gesicht in den Händen und brach in Tränen aus. »Ich hab's nicht getan, Freunde«, schluchzte er, »auf Ehe und Seligkeit, ich tat's nicht.« »Wer hat dich denn angeklagt?«, schrie eine Stimme. Dieser Hieb saß. Potter nahm die Hände vom Gesicht und schaute in sichtbarster Hilflosigkeit um sich. Er sah Joe und rief aus, »Oh, Joe, du versprachst mir niemals!« »Ist das euer Messer?« Und es wurde vom Sheriff vorgehalten. Potter wäre umgefallen, wenn man ihn nicht aufgefangen und ihn auf die Erde niedergelassen hätte. Dann sagte er, »Dachte ich's mir doch, wenn ich nicht zurückkäme, und...« Er schauderte. Dann erhob er seine kraftlose Hand mit müder Gebärde und flüsterte, »Sag's Ihnen, Joe, sag's Ihnen. Es ist nichts mehr zu machen.« Dann standen Huckleberry und Tom stumm und starr und hörten den kaltherzigen Lügner ganz gemütlich Bericht erstatten. Sie erwarteten jeden Augenblick Gottes Blitzstrahl, wer die ihn treffen, und wunderten sich, ihn so lange unberührt stehen zu sehen. Und nachdem er geendet hatte und gesund und heil blieb, dachten sie nicht mehr daran, ihren Ei zu brechen und des armen Gefangenen Leben zu retten. Denn es war zweifellos, dass Joe sich dem Satan verschrieben hatte, und es wäre wohl gefährlich gewesen, sich mit einer solchen Macht einzulassen. »Warum liefst du nicht davon? Warum zum Teufel kamst du jährlich zurück?« »Ich konnte nicht anders. Ich konnte nicht anders.« stöhnte Potter. »Ich wollte wohl fortlaufen, aber ich konnte nirgends hinkommen als ihr her.« Und er fing wieder an zu schluchzen. Joe wiederholte seinen Bericht ebenso ruhig ein paar Minuten später und beschwor ihn auf Verlangen. Und die Burschen, die den Lichtstrahl immer noch nicht hervorbrechen sahen, wurden dadurch in ihrem Glauben, dass sein Pakt mit dem Teufel geschlossen habe, noch mehr bestärkt. Er war mit einem Schlage für sie der Gegenstand des unheimlichsten Interesses geworden, wie nichts anderes, und sie konnten die bezauberten Blicke nicht von ihm wenden. Sie beschlossen innerlich ihn nachts, wenn sich einmal die Gelegenheit böte, zu belauern, in der Hoffnung, seines schrecklichen Herrn und Meisters ansichtig zu werden. Joe half den Körper des Ermordeten aufheben und auf einen Karrenladen, um ihn fortzuschaffen. Und es ging ein Flüstern durch das schaudernde Volk, dass die Wunde ein wenig zu bluten anfinge. Die Knaben hofften, dieser glückliche Umstand werde den Verdacht in die wahre Richtung lenken. Aber sie waren enttäuscht, als mehrere der Leute sagten, es waren nur drei Schritte von Muff Potter entfernt, als es geschah. Toms schreckliches Geheimnis, seine furchtbare Mitwisserschaft, störte seinen Schlaf während mehr als einer Woche. Und eines Morgens beim Frühstück sagte Sid, Tom, du wirfst dich im Schlaf herum und sprichst so viel, dass du mich die halbe Nacht wach hältst. Tom erbleichte und senkte die Augen. Es ist ein böses Zeichen, sagte Tante Polly mit Nachdruck. Was hast du auf dem Herzen, Tom? Nichts, nichts, ich weiß nicht. Aber seine Hand zitterte so sehr, dass er seinen Kaffee verschüttete. Und du schwarz solchen Unsinn, fuhr Sid fort. In der letzten Nacht sagtest du, es ist Blut, Blut, nichts als Blut. Du sagtest das immer wieder. Und dann sagtest du, ängstigt mich nicht, ich will alles sagen. Sagen, was, was willst du sagen? Tom schwamm alles vor den Augen. Es ist nicht zu sagen, was geschehen sein würde, wenn nicht plötzlich die Spannung aus Tante Pollys Gesicht gewichen wäre und sie Tom, ohne es zu wissen, zu Hilfe gekommen wäre. Sie sagte, kann's mir denken, der schreckliche Mord ist's. Ich selbst träume jede Nacht davon. Manchmal träume ich, ich hätte's selbst getan. Mary sagte, sie wäre gerade so angegriffen davon. Und Sid schien befriedigt. Tom ging aus der Affäre so beruhigt hervor, als es nur immer möglich war, simulierte während einer Woche Zahnschmerzen und band sich jede Nacht fest die Backen zu. Er wusste nicht, dass Sid wachte und des Öfteren die Bandage lockerte und dann, auf den Ellbogen gestützt, eine gute Weile lauerte. Dann wieder alles in Ordnung brachte und sich hinlegte. Toms Gemütsverstimmung wich nach und nach und die Zahnschmerzen begannen ihm lästig zu werden und wurden ganz abgeschafft. Wenn es Sid gelungen war, etwas von Toms unbewusstem Murmeln aufzufangen, so behielt er es jedenfalls für sich. Tom schien es, als könnten seine Schulkameraden nicht oft genug Totenschau über Katzen halten. und dadurch seine Erinnerung immer wieder auffrischen. Sid fiel auf, dass Tom niemals den Beschauer spielen wollte, obwohl er es doch sonst gewohnt war, bei allem den Führer abzugeben. Er merkte auch, dass Tom sich nie unter den Zeugen befand. Und das war auffallend. Schließlich entging Sid durchaus nicht, die entschiedene Abneigung Toms gegen diese ganze Spielerei und seine Bemühungen, ihr aus dem Weg zu gehen. Sid grübelte darüber, sagte aber nichts. Indessen schließlich schwand alle Unruhe und hörte auf, Toms Geist zu quälen. Jeden Tag oder doch jeden Zweiten in dieser traurigen Zeit passte Tom auf eine Gelegenheit, um zu dem kleinen Gitterfenster zu laufen und allerhand kleine Annehmlichkeiten für den Mörder hineinzuschmuggeln. Das Gefängnis war ein trübseliges, kleines, halb verfallenes Loch und stand in einem Sumpfe außerhalb des Dorfes. Wärter waren nicht aufgestellt, denn es hatte selten Gäste zu beherbergen. Diese Geschenke halfen sehr dazu, Toms Gemüt aufzuheitern. Die Dörfler hatten nicht übel Lust, Joe beim Kragen zu nehmen und ihm wegen der Leichenberaubung den Prozess zu machen. Aber so furchtbar war sein Ruf, dass niemand sich fand, der Lust gehabt hätte, die Sache zu übernehmen. So wurde sie dann unterlassen. Vorsichtigerweise hatte Joe bei seinem Geständnis jedes Mal gleich mit der Rauferei begonnen, ohne über die vorhergegangene Leichenberaubung auch nur ein Wort zu verlieren. Daher schien es das Weiseste, wenigstens vorläufig, die Angelegenheit nicht vor Gericht zu ziehen. Zwölftes Kapitel Einer der Gründe, die Toms Geist von seiner geheimen Erregung abgezogen hatten, war, dass er einen neuen und wichtigen Gegenstand des Interesses fand. Becci Thatcher hatte aufgehört, zur Schule zu kommen. Tom hatte mehrere Tage mit seinem Stolze gekämpft und versucht, sie unter den Wind zu bekommen, aber vergeblich. Er tappte sich dabei, wie er um ihres Vaters Haus herumstrich, nachts und sich dabei sehr unglücklich fühlte. Sie war krank. Wie, wenn sie sterben musste. In dem Gedanken war Verzweiflung. Er hatte gar kein Vergnügen mehr am Krieg spielen, nicht einmal mehr an seinem Piratenberuf. Der Glanz des Lebens war dahin, nichts als Finsternis war geblieben. Er ließ seinen Reifen liegen und seinen Bogen. Er hatte keinen Spaß mehr daran. Seine Tante war beunruhigt. Sie fing an, allerhand Medizinen an ihm auszuprobieren. Sie gehörte zu den Leuten, die auf jede Medizin schwören und alle neu erfundenen Heilmethoden. Sie war unermüdlich in ihren Experimenten. Sobald sie etwas Neues von der Branche hörte, brannte sie darauf, es zu probieren. Nicht an sich selbst, denn sie war nie leidend. Aber am ersten Besten, der ihr in die Hände fiel. Sie war Abonnentin sämtlicher Heilzeitschriften und jedes gedruckten wissenschaftlichen Betruges. Den größten Unsinn mit dem nötigen feierlichen Ernst vorgetragen, nahm sie wie ein Evangelium auf in ihrer Unwissenheit. Alle Abhandlungen über Ventilation, das Zu-Bett-Gehen und Aufstehen, Essen und Trinken, über das Maß der nötigen Bewegung, die Gemütsverfassung, die Art der Kleidung, erschien ihr einfach einwandfrei. Und sie merkte gar nicht, dass die Gesundheitsjournale des laufenden Monats gewöhnlich all das widerriefen, was sie im Monat vorher empfohlen hatten. Sie war einfachen Herzens und so ehrenhaft, wie der Tag lang ist. Tja und so war sie ein leichtes Opfer. Sie sammelte ihre prahlerischen Zeitschriften mit den Quacksalbermedizinen und so gewaffnet, Tritzi, den Tod hinter sich, auf ihrem fahlen Pferd, die Hölle hinter sich, um eine Metapher zu gebrauchen. Aber sie argwöhnte niemals, dass sie nicht ein Engel der Genesung und der Balsam des Herrn in Person für die leidende Nachbarschaft sei. Die Wasserbehandlung war neu und Toms übles Befinden kam ihr wie gerufen. Jeden Morgen in aller Frühe wurde er herausgeholt, in einen Holzschuppen geschleppt und mit einer Sintflut kalten Wassers überschüttet. Dann rieb sie in Trocken mit einem Handtuche gleich einer Pfeile und er wurde zurücktransportiert. Darauf wurde er in ein nasses Tuch gerollt und wieder unter seine Bettdecke gestopft, bis er schwitzte wie eine Seele im Fegefeuer und ihre Schmutzflecken drangen durch alle Poren heraus, wie Tom sagte. Indessen, alledem zum Trotz, wurde der Junge immer melancholischer, niedergeschlagener und gleichgültiger. Sie fügte heiße Bäder, Sitzbäder, Gießbäder und Sturzbäder hinzu, aber der Junge blieb leblos wie eine Leiche. Sie begann, das Wasser mit Blasen ziehenden Haferschleimpflastern zu versetzen. Sie überlegte seine Aufnahmefähigkeit und füllte ihn wie ein Krug täglich mit allen möglichen quacksalberischen Mittelchen an. Tom war allmählich gegen all diese Verfolgungen gleichgültig geworden. Dieser Zustand erfüllte der alten Dame Herz mit Entsetzen. Diese Gleichgültigkeit musste um jeden Preis gebrochen werden. Zu dieser Zeit gerade vernahm sie vom Schmerzentöter. Sie ordnete sofort täglich ein Lot an. Sie versuchte es selbst und war sehr befriedigt davon. Es war wie Feuer in flüssiger Form. Sie ließ die Wasserkur und alle anderen Methoden und beschränkte sich auf den Schmerzentöter. Sie gab Tom einen Teelöffel und wartete ängstlich auf die Wirkung. Ihre Unruhe war mit einem Schlage zu Ende. Ihr Geist hatte weder Frieden. Denn die Gleichgültigkeit ihr D war gebrochen. Der Bursche hätte kein wilderes, mir von Herzen kommendes Interesse zeigen können, wenn sie ein Feuer unter ihm angezündet hätte. Tom fühlte, dass es Zeit war, aufzuwachen. Diese Lebensweise hätte ja ganz romantisch sein können, war aber nachgerade zu anstrengend und auch zu eintönig. So grübelte er über verschiedene Pläne seiner Befreiung und verfiel schließlich darauf, sich als Freund des Schmerzentöters zu bekennen. Er verlangte so oft danach, dass er lästig wurde und seine Tante ihm schließlich befahl, sich selbst zu helfen und sie in Ruhe zu lassen. Wäre es Sid gewesen, kein Schatten würde ihre Freude getrübt haben. Da es aber Tom war, beobachtete sie die Flasche mit Aufmerksamkeit. Sie fand, dass die Medizin beständig weniger wurde. Ja, aber ihr fiel dabei nicht ein, dass der Junge eine Bodenritze im Speisezimmer damit anfüllte. Eines Tages war Tom wieder bei dieser Arbeit, als Tante Pollys gelbe Katze des Weges daherkam, schnurrend, den Teelöffel begehrlich betrachtete und ihm ein bisschen bettelte. Tom sagte zu ihr, bitte nicht drum, wenn du's nicht brauchst, Peter. Aber Peter gab zu verstehen, er habe es nötig. Überleg's noch mal. Peter blieb dabei. Na, du hast drum gebeten und ich will's dir geben, aber wenn's dir nicht gefällt, darfst du niemand Vorwürfe machen als dir selbst. Doch Peter war einverstanden. So öffnete Tom seine Schnauze und goss den Schmerzentöter hinein. Peter machte einen riesen Satz in die Luft, stieg ein Kriegsgeheul aus und fuhr immer rund im Kreise herum durchs Zimmer, gegen Möbel stoßend, Blumentöpfe umwerfend, kurz, lauter Verwirrung anrichtend. Dann erhob er sich auf die Hinterbeine und tanzte sinnlos vor Vergnügen herum, den Kopf über die Schultern zurückgeworfen, mit einer Stimme, aus der grenzenloses Behagen klang. Tante Polly kam gerade noch rechtzeitig herein, um sie mit einem letzten Hurra durchs Fenster fliegen zu sehen und mit ihr die Reste der Blumentöpfe. Die alte Dame stand starr vor Erstaunen, über ihre Brillengläser hinweg schauend. Tom lag auf der Erde und krümmte sich vor Lachen. Tom, was um Himmels willen, fehlt der Katze? Ich weiß nicht, stöhnte der Junge. Sowas hab ich doch noch nicht gesehen, was kann sie bloß haben? In der Tat, ich weiß nicht, Tante, Katzen tun immer so, wenn sie vergnügt sind. Tun sie wirklich? Ja, es war etwas in dem Ton, was Tom stutzen machte. Hm, ja, das heißt, ich meine sie tun's. Du meinst? Hm, mh, ja, 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 alte Dame bückte sich und Tom wartete mit ängstlichem Interesse. Zu spät entdeckte er ihre List. Der Griff des Teelöffels war unter der Tischdecke sichtbar. Tante Polly zog ihn heraus und hielt ihn in die Höhe. Tom fuhr zusammen und senkte die Augen. Tante Polly hob ihn an dem gewöhnlichen Henkel, seinem Ohr in die Höhe und klopfte ihn mit ihrem Fingerhut tüchtig auf den Kopf. Nun, sag mal, wozu musst du das arme Tier so quälen? Ich hab sie aus Mitleid getan, weil sie keine Tante hat. Hat keine Tante? Hans Na, was hat das hier zu tun? Ne Menge, denn hätt sie eine gehabt, so wird sie es ihm selbst gegeben haben. Sie hätt ihr die Gedärme rausgeröstet, ohne mehr zu fühlen, als wenn es ein Mensch gewesen wäre. Tante Polly fühlte plötzlich Gewissensbisse. Das setzte die Sache in ein neues Licht. Was grausam war gegen eine Katze, musste auch gegen einen kleinen Burschen grausam sein. Sie begann zu seufzen. Sie fühlte sich traurig. Ihre Augen wurden ein bisschen feucht. Sie legte die Hand auf Toms Kopf und sagte freundlich, ich hab's gut gemeint, Tom. Und Tom, es hat dir genützt. Tom schaute zu ihr auf mit ein bisschen Schärmerei in seinem Ernst und sagte, ich weiß wohl, Tante, dass du's gut meintest, und ich meinte es gut mit Peter, es tat ihm auch gut, ich hab ihn nie so lustig rumlaufen gesehen. Na, mach, dass du weiterkommst, Tom, ehe du mich wieder ärgerst, und versuch doch mal, ein braver Junge zu sein, und du brauchst auch keine Medizin mehr zu nehmen. Tom kam sehr frühzeitig zur Schule. Es war bekannt geworden, dass dieses sehr seltene Ereignis in letzter Zeit jeden Tag sich zugetragen hatte, und dann, wie seit kurzem stets, lungerte er am Tor des Schulhofes, statt mit seinen Kameraden zu spielen. Er sagte, er wäre krank, und er sah auch so aus. Er stellte sich, als er überall hin. Wohin seine Blicke tatsächlich beständig gerichtet waren, es war die Straße hinunter. Plötzlich kam Jeff Thatcher in Sicht, und Toms Miene hellte sich auf. Er spähte einen Augenblick angestrengt und wandte sich dann betrübt ab. Als Jeff ankam, hielt Tom ihn an und suchte ihn geschickt über Becky auszuholen, aber der herzlose Jeff tat, als sähe er den Köder gar nicht. Tom wartete und wartete, hoffend, sobald ein wehender Rock in Sicht kam, und die Inhaberin desselben verwünschend, sobald er sah, dass es nicht die Rechte war. Schließlich erschien keine Röcke mehr und er verfiel in hoffnungslosen Trübsinn. Dann auf einmal kam doch noch ein Rock durchs Tor herein und Toms Herz tat einen mächtigen Sprung. Im nächsten Moment war er draußen und schoss darauf los wie ein Indianer springend, lachend, Bubenstoßend, mit Risiko von Leib und Leben über den Zaun setzend, Purzelbäume machend, auf dem Kopf stehend, kurz laute heroische Dinge verrichtend und fortwährend hinüberschiend, ob Becky Thatcher ihn beobachtete. Aber sie schien von alledem gar nichts wahrzunehmen. Sie schaute nicht hin. War es möglich, dass sie seine Anwesenheit wirklich nicht bemerkt hatte? Er betrieb seine Kunststücke in ihrer unmittelbaren Nähe, fuhr ein Kriegsgeheul ausstoßend um sie herum, schlug einem Jungen die Mütze herunter, schleuderte sie auf den Schulhof, brach durch eine Gruppe, sie nach allen Richtungen auseinandersprengend und fiel dabei selbst gerade Becky vor die Nase hin, sie fast Aber sie wandte sich ab, das Näschen rümpfend und er hörte sie sagen, Pah, einige Burschen kommen sich schon sehr wichtig vor, immer müssen sie sich breit machen. Tom wurde blutrot, er rappelte sich auf und trollte sich davon, zermalmt und mutlos. Das war das neuste Abenteuer von Tom Sawyer. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du auf den Daumen hoch klickst und wenn du das nächste Abenteuer nicht verpassen willst, auf abonnieren. Wenn du magst, hören wir uns morgen wieder. Aber jetzt schlaf gut.